Der kreicht aber auch wie ein Mädchen, ey. Ja, jetzt hängen wir hier so ein bisschen, ja. Oh. Oh. Mich am Arsch, ey. Die sind doch völlig krank. Das tut mir selber weh, wenn ich das sehe. Und das sieht mir ganz stark nach einem Hebel aus, ne? Oder täusche ich mich da? Hier ist nichts drin. Ah, Weinglas. Ach stimmt, an dem wurde ich hochgezogen, ja. Oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, Mann. da war nix drinnen ich könnte ja mal aufstehen da war nix drinnen strahlfragment weiß nicht verwendet werden jetzt ist die tür da oben aber auch offen ok das war die tür jetzt muss ich wieder weiter nach oben da ist nix drinnen nö die nehmen wir davon geht nichts kaputt schade ok das ist die seitentür die ich eben gerade von der anderen seite nicht aufgekriegt habe noch mal ein bisschen kohle versperrt so dann gehen wir nach oben schauen uns das oben mal an irgendwo konnte ich doch den ring reinstecken 1 auf was haben wir hier es kann hier nicht verwendet werden und die flaschen sind aber stabil ja mit der kohle so jetzt guck ich mal auf die andere seite irgendwo konnte ich doch den blöden ring rein tun das weiß ich noch das kann so nicht verwendet werden das ist doch auch ein auge komisch ok oben scheint jetzt erstmal nichts weiter also nichts weiter zu gehen jetzt muss ich noch mal schauen da ging es nicht weiter hier unten kurz auf der karte gucken kugel labyrinth moment halte der vier ach guck mal dicky ja so sieht man sich wieder duke was machen sie hier wenn es was zu verdienen gibt und hast du deine tochter gefunden nein wenn sie wirklich hier ist hält die herren des hauses sie doch sicher in ihren privaten gemächern fest denkst du nicht dimitrescu genau die sie dich doch mal dort um vielleicht hast du glück apropos umsehen brauchst du irgendwas oh ja wenn du willst kann ich deine waffen aufrüsten gegen eine kleine gebühr versteht sich bleib vorsichtig bleib vorsichtig das kann hier nicht verwendet werden an der stelle speichere ich nochmal eben ich muss jetzt mal das rätsel lösen wie ich hier weiterkomme in dem schloss ich hab ja ein edelstein in form eines auges ist lose in diesem ring eingebracht er ließe sich leicht entfernen aha jetzt kann ich nach oben und kann das auge einsetzen so funktioniert alles klar jetzt habe ich glaube ich auch ach nee der ring ist weg aber egal mal ja dann was Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich feste dich. Schlitz dich auf. Und sehr gut. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Scheiße. Mein Blut pulsiert. Du bist eine tolle Dekoration für den Saal. Okay, da komme ich nicht rein. Wow. Wow. ich kann mich kaum noch beherrschen und bin ich jetzt 9 juni 1958 heute war mein erster arbeitstag im schloss ich war schockiert zu erfahren dass die bediensteten allesamt frauen sind die herren und ihre töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen dass sie nicht beißen würden das war schon etwas merkwürdig 23 juni ich arbeite jetzt seit zwei wochen im schloss und ich fürchte mich ein bisschen adela eine der dienstmärkte hat irgendwas falsch gemacht und die komtesse daniela hat ihr mit einem messer das gesicht aufgeschlitzt jetzt kann ich sie nachts weinen hören das ist als würde geister es ist als würden geister durch die gänge spuken ich will nach hause 8 juli ich weiß nicht mehr weiter die komtessen haben sich beim abendbrot beschwert dass es so heiß sei also habe ich das fenster geöffnet wirklich nur einen spalt und sofort haben sie mich angeschrien alle drei ist oder das fenster zu machen jetzt habe ich angst dass sie mich in den keller bringen und für immer weg sperren ich weiß nicht was ich tun soll was soll ich nur tun und die musik her ach scheiße ach scheiße ach nö ach nö wer ist das denn das ist sie schon wieder gut dass ich gewartet habe gut dass ich gewartet habe ach hier lief musik ja ich denke mal da geht es nicht da geht es nicht lang ok gucken wir hier mal weiter ich was ist das ja Trust in light. Wer hätte es gedacht? Ich wollte gerade sagen, hier ist es schon wieder so stockduster, hör mir auf, voll die Folterkammer hier, what the fuck, wieso bewegt sich die Tür? Okay. Bestanden, was? Irina, Mihaela, Luis und Ingrid. Abgelehnt. Dann Dora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, ah bla bla bla, okay. Haben nicht bestanden. Übel ist die Folterkammer hier. Oh. 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 Mhm. Hey, was haben die hier unten? Wow. Hallo? Metallreste. Ah. Vielleicht kann ich damit den Aufzug reparieren. Ne, da ist noch irgendwas rechts. Ah. Oh. Oh. Ah! Jo. Wow! Fick mir so maße. Oh, Bombe. Oh, Bombe. Ingrids Halskette. Wow, 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 wow. Oh, 8400 haben wir jetzt schon. Oh. So. Ist die aus dem Loch gekrochen? Krass. Jetzt muss ich hier mal überall eben reinschauen. Ach, das ist das Loch von gerade, ne? Ist auf der anderen Seite, okay. Dann geht's hier hoch. Huh. Wir hatten gar keine Angst. Nein. Verschlossen leider. Kassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Lass mich raus, hallo? Dich gibt es zum Abendbrot. Oh, ab. Geh weg. Wo bin ich? Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Wow. Deine Kugeln können mir nichts an... Du dreckige Missgeburt. Ich fühle keinen Schmerz. Dafür wirst du bösen, du wachsart. Du wachst es uns herauszufordern? Da komm ich nicht raus. Was? Mein Körper zerfällt. Ach! Äh! Ah! Oh! Hm! Hm! Ach! Ach! Ich hab genug von dir. Wie kriegst du die denn jetzt platt? Ich glaube es nicht. Das kann ich sagen. Nice. Die haben wir platt gemacht. So jetzt gucke ich aber nochmal hier. Was für ein Kampf hey. Oder was für ein Krampf. Genau ich habe hier Sachen vergessen. Hier wollte ich auf jeden Fall nochmal nachgucken. Kommen wir hier rein? Ne. Da ist ein Sarg. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren was da drin ist. Aber gut wir sind schon mal eine eine Person haben wir schon mal weg. Eine. Eine von diesen drei Geschwistern sind wir schon mal los geworden. Sehr gut. Sieh mal einer an. Das weiß ich schon wo das rein gehört. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr Sehen. Sie waren nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute ich bin die nächste. Oh. Rückstoß. Teil ausrüsten. Teil ausrüsten. Aha. Weiß. Dietrich. Oh warte mal. Ich habe einen Dietrich. Da gehe ich jetzt nochmal kurz zurück. Vielleicht kriege ich damit das Schloss auf. Das wäre eigentlich ziemlich nice. Mal ausprobieren. Nein. Ich brauche einen richtigen Schlüssel. Schade. Schade, Schade. Oh, 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 oh. Oh, oh. Engels, Statue aus Holz. Hm. Hallo? Bisschen kalt hier, ne? Könnt mal der Ofen an. Nichts.